Hallo Welt, da sind wir wieder hier. Und wir sind bei den Graubärten. Und jetzt wollen wir noch zum Hügelgrab, bevor wir dann endlich herausfinden, was es mit dem schwarzen Stern auf sich hat. Ja, nett sind sie, die Graubärte. Ich mag sie, auch wenn sie etwas schweigsam sind. Aber uns wurde erklärt, dass selbst ein Flüstern uns umbringen könnte, wenn wir noch nicht so weit sind. Und ich habe irgendwie in Erinnerung, dass die Graubärte noch einen wichtigen Teil im Krieg spielen werden. Und nicht nur da. Ja, ich will nicht spoilern, aber es wird noch interessant mit den Graubärten, die sind doch sehr wichtig. Wenn nicht sogar die wichtigsten hier. Ich kann aber nicht sagen, ob sie irgendwann sprechen werden oder nicht, das weiß ich nicht. Ich dachte, ich hätte von da oben waren wir doch gerade irgendwo. Ich dachte, von da aus hätte ich hier eine Karte erkannt oder so etwas. Du holst aber nur ein Feuerchen. Ja, hier werden wir gar nichts groß mitnehmen, oder? Was ist hier schönes in dieser Kiste? Und das ist eine Bank. Keine Kiste. Ja, wir machen uns mal auf die Socken hier. Auf, auf zum Hügelgrab. Hier ist, glaube ich, nichts mehr auf dieser Seite. Oder doch? Na ja, gut, irgendwo müssen auch Graubärte mal schlafen. Das Leben von Uriel Septim, dem Siebten. Leder der Rückkehr, Band 2. Ah ja. Schick. Oh, wenn ich daran denke, wir haben noch 7000 Stufen runter zu steigen. Was ist denn schwerer, rauf oder runter? Ist, glaube ich, beides gleich. Das hier kennen wir nicht. Doch, das kennen wir. Rehmanada. Die kennen wir. Alduin, Akatosh, Dichotomie. Kommt mir auch so bekannt vor. Und die Oblivion-Krise, die kennen wir auch. Also die Bücher, die da waren, die kannten wir alle. Oh, schöner Zaubertrank. Echt schön gemacht. Ja, ja. Noch mehr Bücher, ich werde verrückt. Ah, die kennen wir auch alle. Ja, die haben wir auch alle schon zu Hause. Außer das hier, glaube ich. Das nicht. Das Lied der Askelder. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Ja, vielleicht dürfen wir sie uns irgendwann mal ausleihen. Später. Achso. Bori. Zaubertrank der Gesundheit nochmal. Ist das eine bestimmte Form hier mit euren Gängen? Hat das was zu bedeuten? Ja, liebe Welt. Wir gehen mal. Wir wollen sie ja nicht unnötig stören jetzt. Wir wollten aber auch nicht unbedingt in den Hof. Vögel. Moment, ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, hier irgendwann mal Leitern gesehen zu haben und Riesenfässer. Da, Hühner, ich habe es gewusst. Was hat das zu bedeuten? Zerstörung verbessert auf 32. Ha! Ha! This book was an illusion. It is not about canon at all. It is about the canon right behind you. Ach so. You might wonder why you had to come here. The answer is simple. No one ever comes here. It is a perfect place to hide a secret. So, now to the canon. Using a canon is not hard. First you aim it with the outer buttons. Then load it with the middle one and all. You have to do is light the fuse. Thank you for downloading and playing this mod. Arian Dragonborn. So, oh ho. Moment, was hat er gesagt? Es gibt hier keinen mittleren. Ah ja. Oh nein. Nein! Und jetzt? Wir sind falsch. Und wir haben nicht gespeichert. Wann geht's los? Wuh! 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 Das hat nicht geholfen. Hey! Wir springen hier einfach durch. Wuh! Wir kommen hier nicht durch. Oh! Hey! Eine Sekunde mal. Federn uns. Sieht hier keiner, oder? Nein, nein. Das ist... Wir dürfen in Skyrim keine Hühner töten. Müssen wir sie füttern? Oh! Und... Oh, wenn wir hier doch Holz sammeln konnten, wie sind wir doch rausgekommen? Hey, macht mal eine Hühnerleiter, eine Räuberleiter, meine ich. Okay, ich muss zugeben, ich bin nicht bereit, einen Huhn zu töten. Es ist doch nur ein virtuelles Huhn und denkt doch mal an all die Seelen, die wir da fangen können. Hey, ein Huhn weniger. Oder meine ich das nur? Ich mag das nicht. Oh nein. Ornithophobie. Wir müssen hier raus. Ich werde da nie wieder einen Knopf drücken. Das wird meine Lehre gewesen sein jetzt. Was können wir denn noch? Irgendwas, wie wir hier rauskommen. Tier beherrschen? Es tut mir leid, ich wusste selber nicht, dass das so laut ist. Jetzt sehe ich, ich habe mich erschreckt. Nochmal. Nochmal. Och, nur einmal am Tag und jetzt mach deine Leiter. Wir haben den falschen Knopf gedrückt und jetzt kommen wir nie mehr hier raus. Moment, es schneit doch. Wir warten einfach, bis der Schnee hoch genug ist und dann klettern wir oben raus. Wir gehen nie wieder irgendwelche Leitern hoch. Schon gar nicht welche, die aussehen wie Hühnerleitern. Ich hab mich immer noches zu tun. Und ich habe mich unter anderem geschritten. Und ich habe mich und ich habe hier noch auf jeden Mal versuchst, dass ich die Leiter aufgehöhung hab. Wir haben die Leiter mit den Schroppen angeht. Wir können doch die Hühner nicht zu Tode schreien. Da. Okay, ich glaube... Ich glaube, wir müssen hier raus. Nutzt ja alles nichts. Wir haben noch einen ganz speziellen Zauber. Aber nicht weiter verraten, ihr Hühner. Nein! Nein! Nein, ich drücke da keinen Knopf mehr. Ich möchte nicht nochmal bei den Hühnern sein. Tut mir leid. Ah, das sind so Momente, die ich gerne dann rausschneiden würde. Also, unsere gute Lucrezia zusammen mit den Hühnern eingesperrt, ratlos, kraftlos. Nicht mal in der Lage, einen Huhn zu töten. Wahrscheinlich wäre es... Wahrscheinlich war es so. Es geht wahrscheinlich darum, man sollte die Hühner töten. Oder die Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drücken. Und dann? Ja, dann werden die Hühner befreit worden, oder... Vielleicht wären wunderschöne Elfen dort rausgekommen. Ja gut, wenn jemand weiß, was es mit dieser Modifikation auf sich hat... Warum weiß ich das nicht? Ich kann mich nicht daran erinnern, so etwas installiert zu haben mit riesen Fässern und Hühnern. Na, wenn das jemand weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Dann werde ich nochmal nachgucken, was das für eine Mod ist. Ich kann mich da echt nicht daran erinnern, so etwas installiert zu haben. Riesenfässer hier auf Hochrodgar. Mit Hühnern drinnen. Eigenartig. Ja, sei es drum. Wir haben ein Ziel vor Augen. Nämlich das Hübelgrab. Da soll es jetzt hingehen. Können wir hier runter irgendwie? Na, wir nehmen die Treppen lieber, oder? Ach, wir müssen doch sowieso unseren Kram noch mitnehmen. Boah, da können wir uns auch etwas beeilen. Moment, wir sollen die Stimme, sollen wir trainieren? Fällt mir gerade mal ein. Okay, wir wollen da drüben hin und... Wuhu! Hey! Das war nicht sehr weit. Das waren gerade mal drei Meter. Ich wollte da drüben sofort hin. Ah, das müssen wir öfter ausprobieren jetzt. Vielleicht sieht's so besser aus. Oh, während des Rennens können wir gar nicht schreien. Nur, wenn wir stehen? Ach so, und dann auch noch... Ich verstehe. Wuhu! Aha. Irgendwas quietscht dann aber. Ach, die sechste hatten wir schon. Wuhu! 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 Ja, schaden kann's ja nicht, wenn wir das so ein bisschen üben. Dann treffen wir die Taste auch etwas besser. Wuhu! 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 Aha! Okay, das ist Nummer 5. Genau, das hatten wir auch schon. Ja, da müssen wir jetzt aber mal in Ruhe gucken, was wir uns hier rausnehmen. Die Steaks lassen wir hier drin, das Fleisch können wir, denke ich, mitnehmen, oder? Die Hälfte wenigstens können wir vielleicht verkaufen. Ach, wenn wir hier raufsteigen, dann wird uns immer irgendetwas begegnen, denke ich mal. Und die Zutaten, die brauchen wir hier oben wohl eher weniger. Ja. Moment mal, können wir das auch zu Pferde? Nein, auf dem Pferd können wir nicht schreien. Gut zu wissen. Ist das nicht zu kalt so? Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Ho-Rotter emporsteigt. Hab ich schon gehört. Was wollt ihr, kleiner Elf? Carita! Habt ihr die Graubärte Dovakin rufen hören? Ich befand mich gleich außerhalb von Iverstadt als Mensch. Es ist wirklich aufregend. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Wer seid ihr? Eine einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn es recht ist. Was macht ihr denn da? Ich wandle auf den Stufen. Ich meditiere über die Symbole. Ich unternehme diese Reise alle paar Jahre. Aha. Also gut. Ich lese mal hier. Ich lese mich mal ein. Das hatten wir noch nicht. Vier. Emblem vier. Kühne wandte sich an Paturnax, der Mitleid mit den Menschen hatte. Gemeinsam brachten sie den Menschen bei, die Stimme einzusetzen. Daraufhin wütete der Drachen Krieg. Drache gegen Zunge. Ah ja. Was wollt ihr, kleiner Elf? Ich möchte die Schneebeeren. Das sind keine Wölfe. Wölfe haben doch keine Hörner. Wölfe haben doch keine Hörner. Ja, dann sind wir wenigstens schneller unten. Der ist ja doch tot hier. Moment, Moment. Hier geht's lang. Sind die Kreaturen und so jetzt irgendwie lauter als vorher? Ich hab mich jetzt so erschreckt. Wahrscheinlich bin ich auch nur übermüdet. Das wird's wohl sein. Oh nein, eine ganze Bärenfamilie. Oh nein, eine ganze Bärenfamilie. Nein, wir wollten sie nicht in die Stadt locken. Hier unten hatten wir doch so ein... Ach, komm. Wir müssen den Städtern helfen. Den Dorfbewohnern. Jetzt haben wir die Bären ins Dorf gebracht. Waschbären. Dumm gelaufen. Wer schießt auf uns? Wer schießt auf uns? Wer schießt auf uns? Wer schießt auf mich? Da stürzen wir einfach von der Brücke, so langsam wie wir sind, durchs eisige Wasser hier. Und tschüss, wir sind dann mal weg. Das war aber nicht so ganz geplant jetzt. Komm, so geht's doch schneller. Hier sind so viele interessante Dinge, aber auch gefährliche gleichzeitig. Das war nichts. Wir können ja nicht, oder? Können wir vielleicht von, nein, von hier aus sehen wir überhaupt nichts. Geht nichts? Ah, geht doch. Stehen müssen wir dafür. Nur, das treffen wir ja nie. Malachit Erz, sehr schön. Oh nein. Nicht gut, wenn unser Pferd immer wegrennt vor uns. Na, das will irgendwas angreifen, ich weiß schon. Und ich dachte mir, wir nehmen jetzt mal hier alles aus, was hier so gefährliches rumlag. Oder uns in den Weg kam. Ja, und so machen wir das auch. Als Jäger und Sammler müssen wir doch jagen. Das war gerade. Und jetzt sammeln wir noch ein wenig. Feinde sind in der Nähe, was? Wo ist unser Abak? Das war gerade. Nun, ich sehe hier nur Bäume und da vorne liegt irgendwer. Oh nein, jemand aus der Stadt? Nein, Tembalank arm. Sie wollte doch die Bärenfälle haben. Das finde ich aber nicht so toll. Tut mir leid. Komm, wir legen dich auch schön ordentlich hier hin. Oh, tut mir leid. Ich wollte das gar nicht. Warum ist sie denn tot? Gut, ich meine, sie war doch die, die da singen wollte auch. Ich glaube, dann brauchen wir gar nicht mehr zum Hügelgrab. Auch deswegen. Sie war hinter dem Bärenherr vielleicht. Ausweiden auch. Nochmal ausweiden. Ganz schön viel drin. Und nochmal mehr. Das ist aber auch praktisch. Umso mehr haben wir dann. Und dann. Okay. Aha. Heuten können wir jetzt auch besser. Der ausgewachsene Eis, toll. Der hat doch bestimmt auch richtig viel dabei. Was haben wir? Hunger? Durst? Oh, ein bisschen Durst. So, viele verschiedene Pfeile. Da haben ihn aber schon viele getroffen dann. Hier oben ist ja noch was. Ich glaube, das ist, das haben wir, glaube ich, da unten schon durchsucht. Ich habe nach euch gesucht. Wir nehmen das gerade mal aus, ja? Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Oh nein, ist schon wieder jemand gestorben. Lass mal sehen. Ich habe einen Brief und einen Haufen Gold. Irgendwas von wegen eurer Erbschaft? Ach, und mein Weiler. Ja, es wird wohl wieder eine Wache von uns gestorben sein. Wir weiden hier erstmal die ganzen Bärenjungen aus. Und wo ist denn die Bärenmutter? Und wo ist denn die Bärenmutter? Und wenn wir manuell plündern, dann bekommen wir die Pelze für Angie. Ja gut. Aber zusätzlich können wir auch so noch ausnehmen hier. Sonst, alles gut bei euch. Ja, leider schaffen wir das in dieser Folge also nicht mehr zum Hügelgrab. Ich weiß nicht, worum es geht. Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger. Wir wissen, dass ihr das falsche Drachenblut seid. Okay, ihr werdet der Rückkehr des wahren Drachenbluts nicht im Wege stehen. Alles gut. Und wir bringen ihm euer Herz als Opfergabe dar. Bus. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Hey, wie? Mein Herz, ich brauche mein Herz noch selber. Nein, ich benutze das doch noch. Lass das. Havak, ich kann gerade nicht. Genau. Nichts wie weg. Die wollen mein Herz. Hier, was seid ihr für Wachen? Wacht. Ich konnte mich nicht daran erinnern, die schon mal gesehen zu haben irgendwann. Hm, Feuerschleierhügel. Das ist nicht das Hügelgrab. Kultistin-Adept. Das ist ja ein Ding. Oh, wir haben die Ziege hier übersehen. Genau, Havak. Du schaffst die schon. Oh, nein. Wir können das nicht machen, wenn Feinde in der Nähe sind. Ja, dann machen wir das in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich für euer Zusehen und für eure Kommentare und für eure Likes. Und wir haben ein Zauberwort. Das Zauberwort heißt Langarm. Nein, das heißt Bär. Hashtag Bär bitte in die Kommentare. Vielen Dank. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.